Oh mein Gott, Leute, heute zeig ich euch einfach den neuen Bündel geht, ist kurz so, ohoh? Und hallo, alles Gute und neue Videos, Leute, legendärer Löwenkönig, bitte, wird so richtig krass, Leute, ähm, ich zeige euch nämlich heute meinen neuen Discord-Server und die ganzen 4 U-Chests, die er hat, so Leute, und das heißt, wir sind gerne einen fetten Daumen nach oben, da, und aboniert diesen Kanal, und empfehle ich das mit dem Video, bis gleich! So Leute, dann würde ich sagen, seht ihr jetzt den Server auch schon so angeblendet, schon so, ja, und ich werde euch jetzt so Sachen erklären, klären, und wenn, seht ihr auch noch mal Zusammenschnitt vom ganzen Server, Server, da oben da, Leute, also auf dem Server gibt's ja so verschiedene Texte, an Mädel, wie zum Beispiel, ähm, Löwenkönig, ähm, wie, ähm, finde ich hier so, ähm, meine, 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 neuesten Videos, so, und dann gibt's auch, ähm, verschiedene, ähm, Sprachkanäle, wie zum Beispiel Dude-Folks, ähm, Video-Folks, ähm, Musik-Folks, und noch, und noch weitere, noch so, und dann ist auch, ähm, noch ein Stream, ähm, so ein Mute-Raum, ähm, ähm, Kennennennenn, die ihr dann auch im Stream so, ähm, ja, mit der Preise zu einem, so, auch so, 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 mit. Das war's in dem Video. Ich hab's halt einen Daumen nach oben da. Ich hab's ja auch auf den Server. Oder nicht so. Hab' mich einen schönen Tag. Ciao.